Boah, es geht Leute, Boss Bros wieder am Schlüssel Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Ne, das geht nicht, nochmal Boah, es geht Leute, Boss Bros wieder am Schlüssel Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal Ah, schön verkackt erstmal am Anfang Yeah, Jumum Ich schwöre, das liegt echt am Intro Wir dürfen das nicht, wir müssen das davor sagen Hey, Digga, wie geht das? Nein, Mann Komm mal auf Scheiße Ja, nice Wo sind wir nur noch gerade rein? Ah Aha Du bist gut Huhu Digga Weg, 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 weg Du bist Gott Nice Wie machst du das? Sag doch, Pro Spieler Incoming Ich bin schon Oh, na, das war nicht so Pro Was hast du getan? Ich wusste Nein Oh mein Gott Oh mein Gott In der Luft Ich bin in der Erde gewesen Ja, nein, oh, schöner Schuss Huge Planke Yeah Nein Ich habe den anderen noch weggeschuckt, weißt du, damit er nicht hinbekommt Ja Ja, hast du gesehen Gut, gut Mach Mach Ja Mach das selber Sehr gut Gut, gut Ich wollte nicht losfahren, weil hätten die gecleanet, wäre der bestimmt so ewig in unsere Hälfte geführt Hätten die gecleanet Entschuldigung Nein, nein, das war gut Sag nichts mehr Sag nichts mehr Nein, das gefällt mir, machs weiter Guck mal, Tor Oh, was? Los Nein Spontan, Tor No, shit Aim Aim Scheiße Ich habe viel zu spät gemerkt, dass er nicht trifft Wo ich auf Stand, Alter Das gefällt mir nicht Gar nicht Ja Ja Ja, das war gut Oh, was? Deine Reaktion im All Beide nicht getroffen Reu dich Digit Wo kam der, lol Egal Das hat mich jetzt voll zerstört Voll so brainfuck Nein, bleib positiv Das war voll so brainfuck gamefuck когоH answers Nein, 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 nein Das war echt ein Trichshot Rock geliebt, wie ich schon gesagt habe. Ja, alles klar. Siehst du in jedem YouTube-Video. Ja, gut, ich vertreib mal wieder. Na, Faddy? Ja, gut. Na. Wir haben schon mal verloren, eigentlich? Nee, gell? Nein. Gut. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, Faddy. Die haben sich gegenseitig geschuckt. Und dann machen wir halt das Tor, gell? Da ficken, alter. Gut. Nein, die geht nicht. Nein, ja, guck mal. Bei mir kann sie auch gar nicht spielen. Oh mein Gott, sie rollen. Egal, 50 Sekunden mit zwei Toren Vorsprung schaffen wir. Letztes Spiel haben wir seit 10 Sekunden kassiert. Hat niemand gesehen. Nee, nee. Wenn du Flanke schaffst, wird es vielleicht was. Ja, aber das ist eine falsche Plank. Falsche Richtung, gell? Ja. Ja, wohin? Oha, sie fliegt, sie fliegt, also fliegt. Nice. Nein. Oh mein Gott, die Kompetenz weg. Nein, Mann. Oh nein. Komm, das pack mal. Okay, geschafft. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.